PvP in Star Wars The Old Republic Taktik Guide Alderanischer Bürgerkrieg Das Kriegsgebiet des Alderanischen Bürgerkriegs ist eines der drei ersten Kriegsgebiete, die in Star Wars The Old Republic zur Verfügung standen. Das Szenario. Republikanische und imperiale Truppen begegnen sich auf einem Schlachtfeld mit drei Bodenluftgeschützen. Dabei sind zwei Truppentransportschiffe in Stellung gegangen und die Besatzung hat die Aufgabe, die Geschütze am Boden einzunehmen und das feindliche Schiff zu zerstören. Alternativ als Simulation, falls gegen die eigene Fraktion gespielt wird. Die Aufgabe. Nehmt die Geschütze ein und haltet über die Hälfte der Zeit die Mehrheit der Geschütze, um das feindliche Schiff zu zerstören. Die Aufgabe erscheint zunächst simpel, wäre da nicht der feindliche Trupp, der genau das gleiche versuchen wird. Zunächst ein paar allgemeine Fakten zu der Karte. Auf der Karte befinden sich, wie bereits gesagt, drei Geschütze. Eins im Westen, eins in der Mitte und eins im Osten. Zur Identifizierung der Himmelsrichtung bei Angriffsansagen können diese auch als Gras und Schnee bezeichnet werden. Denn eine Seite ist mit Schnee und die andere ist mit Gras bedeckt. An verschiedenen Punkten auf dem Schlachtfeld sind Boni wie Heilung, erhöhter Schaden und erhöhte Geschwindigkeit zu finden. Das Wissen um diese Standorte kann dabei helfen zu überleben oder ein Geschütz schnell zurückzuerobern. Grüne Punkte symbolisieren dabei Heilung, bei den roten Punkten befindet sich erhöhter Schaden und bei den blauen Punkten befinden sich Geschwindigkeitsboni. Kommen wir nun zu Angriffstaktiken. Der Klassiker Was ich hier als Klassiker bezeichne, ist im Grunde nichts anderes als das Erobern und Halten vom äußeren Geschütz und der Mitte. Diese Taktik wird so gut wie jedes Mal von beiden Teams angewendet. Der Klassiker ist somit die Variante, auf die ihr euch auf jeden Fall einstellen müsst. Dabei ist das äußere Geschütz meist immer zu Anfang auf eurer Seite und der Hauptkampf dreht sich um das Geschütz in der Mitte. Häufig rennt ein Mitspieler zum äußeren Geschütz, um dieses zu erobern und zu verteidigen. Der Rest der Meute eilt in die Mitte. Nachteil dieser Verteilung ist, dass das äußere Geschütz so gut wie ungeschützt ist und das Erobern des Geschütz vom Gegner verhindert werden könnte. Ein Vorteil ist, dass sich die geballte Kraft der Gruppe in der Mitte entlädt und den Feind wegspülen kann. Bei dieser Variante ist es ebenfalls möglich, dass zwei Spieler zum äußeren Geschütz laufen. Einer tappt das Geschütz und der zweite fängt vermeintliche Gegner ab. Ist das Geschütz erfolgreich getappt, kann einer der Spieler wieder in die Mitte oder Druck beim gegenüberliegenden Geschütz aufbauen. Variante 1 davon ist der umgedrehte Klassiker. Funktioniert wie ein normaler Klassiker, nur mindestens zwei Personen rennen zum äußeren Geschütz, das dem Gegner am nächsten ist und nehmen dieses ein. Die Variante 2 nenne ich Wilde-Sau-Taktik oder 1-3-4. Wilde-Sau nenne ich die Taktik deshalb, weil sich die Gruppe aufteilt und überall herumzergt. Zielführend ist sie nicht, da sehr wahrscheinlich die Mitte oder das äußere Geschütz fallen wird. Diese Taktik ist lediglich zu Anfang sinnvoll, um Zeit zu schinden und ein paar Punkte gut zu machen. Ihr solltet, sobald ein Punkt fällt, wieder als komplette Gruppe angreifen und den Klassiker anwenden. Der Alderanische Bürgerkrieg lässt leider nicht allzu viele Taktiken zu. Im Grunde ist die einzige Angriffstaktik der Klassiker. Alle anderen wie 1-4-3 oder 1-6-1 oder 0-5-3 sind lediglich Abarten und Varianten. Der Klassiker Dieser Klassiker hat nichts mit dem Angriffsklassiker zu tun, sondern nenne ich nur so, weil sie immer in jedem Spiel vorkommt und fast jeder, ohne lange zu überlegen, automatisch anwendet. Der Gegner wird versuchen, seinen geballten Schaden an einem Geschütz zu entladen. Daher muss der Großteil der Spieler ebenfalls an diesem Geschütz kämpfen, jedoch sollte mindestens einer am äußeren Geschütz verbleiben. Der Spieler am äußeren Geschütz muss unbedingt im Chat schreiben, ob und wie viele feinden sich im Dehren. Seine restlichen Mitspieler reagieren dann im Idealfall auf diese Ansage, laufen zu ihm und unterstützen im Kampf. Nach und nach wird sich der Kampf weiter zum anderen Geschütz bewegen und das Ganze fängt von vorn an. Gleichgewicht Die Verteidiger verteilen sich gleichmäßig in 2x4 Gruppen und verteidigen ihr Geschütz. Die Gleichgewichtstaktik ergibt nur Sinn, wenn sich der Feind ebenfalls aufteilt. Der geballten Kraft von 7 Spielern werden sie nicht standhalten können. Ihr solltet dennoch auf Hilferufe achten, falls das gegnerische Team wieder zum klassischen Angriff wechselt. Hier noch ein paar allgemeine Worte zum Angriff. Habt ihr euch zu einem Angriff beim feindlichen äußeren Geschütz entschieden, lauft unter der Mitte hindurch, denn dort werdet ihr nicht gesehen und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr angegriffen werdet auf dem Weg dahin, ist sehr gering. Lasst euch beim Angriff oder bei der Verteidigung nicht von den Geschützen weglocken oder verdrängen. Solltet ihr in Richtung Spawnpunkt gedrängt werden durch zum Beispiel Juggernauts oder jede Wächter, die euch anspringen, rennt einfach in die Mitte oder versucht den Kampf in die Nähe des Geschützes zu tragen. Ihr erhöht damit den Druck in der Mitte und könnt eventuell das Tappen des Geschützes verhindern oder es selbst einnehmen. Wenn ihr euch bei der Verteidigung auf einen Zerg mit einem anderen Spieler einlasst, ist euer Geschütz so gut wie weg. Denn mit Sicherheit ist irgendwo noch ein zweiter, der euch das Geschütz unter eurem Hintern wegtappt. Falls es euch möglich ist, unbemerkt aus dem Kampf bei einem äußeren Geschütz zu kommen, könnt ihr euch hinter den Geschützen verstecken, um euch dort zu regenerieren. Zur Verteidigung ist zu sagen, dass, falls ihr defen müsst, versteckt euch am Fuße der seitlichen Treppen gegenüber der Spawnpunkte der Feinde. Feinde müssen erst außen rumlaufen, somit habt ihr etwas mehr Zeit, Ansagen zu machen. Außerdem könnt ihr nicht angesprungen werden, da ihr nicht sichtbar seid. Es ist ebenfalls möglich, den Feind zu ärgern, indem ihr um die Plattform herumlauft und weiter außer Sicht bleibt. Das gibt euren Kameraden weiter Zeit zur Unterstützung. Vergisst dabei aber nicht, das Tappen zu verhindern. Beim Angriff oder Verteidigung der Mitte ist es sinnvoll, die zweite Ebene als Fernkämpfer zu nutzen. Diese ist derzeit so gut wie ungenutzt und ihr werdet mit hoher Wahrscheinlichkeit übersehen, weshalb ihr dort in Ruhe Schaden fahren könnt. Zum Deffen eignen sich gut Tankklassen. Sie erhalten eine Menge Schaden aus und können Geschütze lange genug verteidigen, bis Hilfe eintrifft. Genauso gut zum Deffen eignen sich Tarnklassen wie Schurken und Schatten oder Saboteure und Attentäter. Sie können nicht sofort angegriffen werden und können die Gegner stunnen, ohne aus der Tarnung zu gehen. Damit haben sie genauso gute, wenn nicht sogar bessere Chancen, ein Geschütz erfolgreich zu Deffen. Auch wenn ihr ideale Mitspieler mit der perfekten Klasse und der besten Verteilung an den Geschützen habt, solltet ihr nicht aufhören, mitzudenken. Anstatt zu fünft auf einen Spieler zu gehen, solltet ihr euch lieber fragen, wo die restlichen sind. Sehr wahrscheinlich bei eurem anderen Geschütz, das gerade erobert wurde.